Wir wünschen unseren Freunden ein Prosit! Haben wir es? Ja fertig, super! Kannst du schon etwas gratulieren? Ja, das ist gut gekochen, das ist ein schwerer Text. Nein, du bist nervig! Wieso? Jetzt ist unser Jubiläumsekt. Ja, den brauchen wir doch noch! Was tust du denn, stell her! Na, nächstes Jahr! Ja, kommt der Lieder! Werden wir nicht Würsten empfangen!